Ey, yo, sie sagt, du hast ihr Bild geliked, ich hab's genau gesehen Lösch das Kommentar, blockier sie, Mann, sonst haben wir ein Problem Er sagt, ich hab's doch nur geliked, Mann Ich kann machen, was ich will und du solltest dich mal entspannen, Mann Äh, ich soll mich entspannen? Und dann? Rufst du sie an? Lässt du sie ran? Bist du ihr Mann? Ha? Willst du dein Fun? Guck mich an Ist das jetzt deine neue digitale Frau? Denn es scheint, als wären deine digitalen Eier blau Mann, versaust dir nicht, so eine wie mich kriegst du nicht Im realen Leben, du wirst schon sehen Es gibt nur eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen Es gibt nur ein paar Sachen, die ich jetzt von dir brauch Ich will deine Schlüssel, die Nummer deiner Mutter, deiner Homies, deine Seele und alle Passwörter auch Na